Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ich herkomme, wo deine Mutter herkommt, haben wir nicht über unsere Körper gesprochen. Uns gab man zwei Tage, um den Angreifern vor ihrer Rückkehr zu vergeben. Wir konnten kaum lesen oder schreiben, aber an diesem Tag lernten wir, wie man wählt. Nichts tun, bleiben und kämpfen. Gehen. Sollten wir den Männern nicht vergeben, büßen wir unseren Platz im Himmel ein. Es muss sich bestimmt auch lohnen, in diesem Leben zu leben, nicht nur im nächsten. Wir wissen, dass wir uns das nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und infiziert und geschwängert und einige von uns sind tot. Wir können nicht vergeben, weil wir dazu gezwungen werden. Wer bist du? Wer seid ihr alle? Zu behaupten, ich hätte eine Wahl gehabt. Wir wissen, wir müssen unsere Kinder schützen. Wenn ich bleibe, werde ich zur Mörderin. Wir sind nicht alle Mörderinnen. Noch nicht. Sie haben die Jungen und Männer unterrichtet. Und sie waren ausgezeichnete Schüler. Aber es sind Kinder. Und sie sind lernfähig. Haben wir eine Entscheidung getroffen? Unsere Wahl entscheidet über deine Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020